Ni hau meine lieben Reisverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Leute, heute werden wir uns mal die Season-Belohnung anschauen. Wir haben jetzt mittlerweile 15.10 Uhr. Ich habe mir gedacht, wir gucken uns beide Season-Belohnungen an. Club League Season-Belohnung und Season Reward-Belohnung von Drophin. Und Leute, ich habe diese Season allgemein nicht viel gespielt. Ich mache ja eher eine kleine Mini-Pause, würde ich jetzt sagen. Nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, mit 50.100 beendet, was nicht so bad ist. Schreibt gerne mal in den Kommentaren, wie viel ihr bekommen habt und lasst auf jeden Fall unbedingt einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Ich schätze, 10.000 sollte ich noch bekommen. Wäre cool, aber wie gesagt, ihr seht, selber meine Brawler war nicht besonders hoch. Aber, oh, ja, 10.000 wäre cool. 10.000 wäre ich zufrieden. 10.000 jede Season nehme ich mit. Oh, 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 ach genau, und schreibt mal gerne in den Kommentaren, wie viel ihr bekommen habt. Oh, oh, lol. Oha, oha. Wait a second. GG's. Krass, das ist besser, als ich erwartet habe. Und, okay, Club Liga kann ich euch leider nicht zeigen. Club Liga ist erst in 47 Minuten. Wir gucken mal, was ich da vorbekommen habe. 11.000... Ah, das sehe ich nicht mehr, oder? Nee, okay. Schade, das sehe ich nicht mehr. Nichtsdestotrotz, Leute, hoffe ich euch hat das Video gefallen heute ein etwas kürzeres. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, falls ihr keine Videos verpassen wollt. Wir sehen uns spätestens morgen, vielleicht bei einem weiteren Video oder heute Abend im Stream. Macht's gut und ciao, ciao.